Wer morgen mit dem Gobe kommt, ist selber zuhören. Dem Signet werden Sie bei Gobe jetzt mehr und mehr begegnen. Es bedeutet, dass Produkte mit der Umwelt auf gutem Fuss stehen. Im Garten ist das besonders wichtig. Darum gibt es bei Gobe jetzt neu Tierrosennahrung, ein Naturprodukt aus Stallmist, das ausgelaugte Böden wieder fruchtbar macht. Natürlicher ist zeitgemäss. Wenn die Teigwaren so lustig angerichtet werden, dann kann es sich nur um die hier handeln. Heute sind sie ausserdem das richtige Lösungswort im Wettbewerb. Wie immer zum Schluss ein Hinweis auf ein besonders günstiges Angebot. Das Freizeit-Temp aus 100% Baumwolle bekommen Sie bei Gobe für nur 19 Franken. Also, auf Wiedersehen, und zwar nur bei Gobe.